Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von zwei kleinen Minis aus dem Hause Gerhards Spiel & Design. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von zwei kleinen Minis. Ja, es dürfen auch mal ein bisschen kleinerer sein. Und die sind aus dem Hause Gerhards Spiel & Design. In diesem Video möchte ich euch beide Spiele vorstellen. Parallel dazu gibt es gleich ein Fazit. Das erste Spiel heißt Digri, ist für zwei Personen ab acht Jahre. Und das andere Spiel, das ist ein Solitärspiel, ein Solospiel. Ja, auch da hat der Verlag einiges. Also für eine Person und ist ab acht Jahre. So seht ihr es nochmal, das heißt das Material befindet sich quasi in der Box. Anleitung habe ich zur Seite gelegt und das hochwertige Material, wie man es gewohnt ist. So, die größeren Figuren, das ist eine Variante, die könnt ihr rausnehmen. Und zuerst werden quasi die Spielsteine im Außenbereich gelegt. Es dürfen nur nicht, und da müsst ihr drauf schauen, zwei gleichfarbige Figuren nebeneinander platziert werden. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. So, überall ist natürlich möglich, wo ihr platzieren wollt. Dann setzt ihr dann hier hin und den hier hin. So könnte quasi das am Anfang aussehen. Aufgabe ist es, eine Linie zu bilden mit vier Steinen. Also auch diagonal ist es möglich. Oder ihr bildet ein Quadrat aus vier Steinen quasi. Und der, wo das zuerst schafft, der hat das Spiel quasi gewonnen. Das heißt, ich ziehe meinen Spielstein so weit, wie ich das möchte. Dann ist der Nächste dann dran, zieht dann auch hier rüber. Dann ist der Nächste dran. Oh je, der zieht hier rüber. Und jetzt merkt ihr es, da wird es schon schwierig. Der Andere ist dran, zieht hier rüber. Ja, und hier geht die Klappe zu. Das heißt, Weiß hat jetzt hier gewonnen. Spielzeit also recht kurz. Allerdings haben wir es da wirklich schon ein bisschen übertrieben. Also wir haben schon eine halbe Stunde am Stück gespielt. Immer hin und her. Immer eine Revanche. Und genau dafür ist es auch ein Minispiel. Das ist ein Minispiel, wo man für zwischendurch nehmen kann. Ideal auch auf Reisen, wenn man wenig Platz hat im Zug etc. Auf der Rückfahrt oder im Auto, wenn man hinten drin sitzt, hat so ein kleines Tisch und kann da ein bisschen was spielen. Dafür ist es natürlich auch ideal. Und es macht mir persönlich sehr viel Spaß. Bei uns in der Familie kommt es auch sehr gut an. Meine Rate mit Gewinnen, die könnte ein bisschen höher sein, aber das sei mal dahingestellt, hat jetzt eigentlich auch super geklappt. Weil in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass wir quasi Quadrate bilden, um dadurch das Spiel zu gewinnen. Das hängt aber auch oftmals davon ab, wie man die Startaufstellung dann wählt, beziehungsweise wie man seine Steine platziert. Weil das kann teilweise schon siegentscheidend sein. Das zum ersten Spiel, also habt ihr auf jeden Fall einen Blick bekommen. Das zweite Spiel, das ist ein Solospiel. Und Aufgabe ist es, diese Steine auf die andere Seite zu bekommen und diese Steine auf diese Seite zu bekommen. Die Steine, die können, je nachdem, wenn ihr euch das holen wollt, immer anders aus Farben, was die farbliche Gestaltung angeht, das gleich als wichtiger Hinweis. Und man hat 18 Züge Zeit, das Ganze auch zu schaffen. Und wichtig ist, in jeder Linie dürfen immer nur die Steine einer Farbe hinterlegt sein. Und jetzt bin ich ein bisschen überlegen, dass ich euch das auch präsentiere, dass ich nach drei Zügen nicht gleich matt bin, weil ich habe es bisher einmal geschafft. Das heißt, ich ziehe jetzt hier 1, 2, 3, 4, es muss auch immer ein anderer Stein sein, 1, 5, 6, 7, 8, oh, nee, weiß ist dran, weiß kann nicht ziehen. Da kann ich nicht ziehen, auf einer Linie, da, da. Okay, 8 Zügen. Aber ihr wisst jetzt, ob das, je nachdem, was für euch ist, ist echt verrückt. Also ich habe es jetzt 20 Mal, Schätzungs, mehr, 20 Mal, bei uns in der Familie auch, jeder hat es bestimmt schon 10 Mal in der Hand gehabt, etwa, etwa, und da haben wir gerätselt. Aber wenn man das dann rausbekommt, dann freut man sich und denkt, jetzt mache ich das gleiche nochmal und dann verbaut man sich den Weg. Das sind solche Solospiele, Denkspiele, da gibt es auch einige und vielleicht ist es ja auch so ein kleines Spielchen für euch. Ich habe ja euch so viele Spiele schon vorgestellt vom Verlag, da könnt ihr schauen. Und wenn ihr so ein kleines Spiel, je nachdem, als Geschenk euch holen wollt, ist natürlich auch so eine kleine Mini-Reihe wirklich perfekt dazu geeignet. Das zu den Infos, auch dieses Spiel gefällt mir. Ihr wisst, ich mag viele Spiele aus dem Hause Gerhard Spieldesign. Ich habe schon viele vorgestellt. Es gab ein paar vereinzelt, die fand ich jetzt nicht so, die haben mir nicht so gut gefallen, aber das ist natürlich unterschiedlich. Geschmäcker sind zum Glück verschieden, aber viele Spiele habe ich euch auch empfohlen. Da müsst ihr mal schauen in diverse Videos. Das waren einfach mal zwei kleine Mini-Spiele in der Vorstellung. Und das war natürlich nicht das letzte Spiel, beziehungsweise das letzte Video mit Vorstellung aus dem Hause Gerhard Spieldesign. Ihr müsst mal schauen über die unten genannten Links, bekommt das Spiel nicht überall. Je nachdem, frag beim Fachhändler nach oder direkt beim Shop des Verlages. Das zu den beiden Spielen. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald. Bis zum nächsten Mal.